... Realisierung des Projekts, wie auch die Präzision in der handwerklichen Ausführung zu erklären. Letztere setzt die Restauratoren bis heute in Erstaunen. Hier haben wir eine Fuge auf der Stufe des Parthenon. Sie ist nur etwa ein Zwanzigstel Millimeter breit, also dünner als ein Haar. Etwas weiter oben ist die Fuge überhaupt nicht mehr zu erkennen. Und schließlich haben wir hier, vermutlich durch ein Erdbeben verursacht, einen Riss, der auf einem Quader beginnt und sich direkt auf dem Angrenzenden fortsetzt, als wäre es ein und derselbe Steinblock. Dasselbe Maß an Präzision müssen die Restauratoren heutzutage erreichen.